Ich seh doch, ich schon jetzt, dass das Mikrofon nie im Leben mit diesem Ständer reingeht. Howard gibt einfach nicht auf. Und ich leg gleich noch ein bisschen nach. Wir brauchen Konfetti. Ich finde, jetzt ist der richtige Moment für Konfetti. Konfetti ist eigentlich erst fürs Ende der Show geplant. Er liebt Konfetti, aber eben nicht jetzt. Und, ja klar, der Mikroständer passt natürlich immer noch nicht.